Jo, und herzlich willkommen zu einem Retro-Pack-Opening. Wir befinden uns auf unserem alten Account in FIFA 15. Und ja, dieses letzte Team-Obsublieb mit Turan, Dremic, Drogba, Götze, Grositzke, Ester, oder? Ja, genau. Dann noch De Bruyne, Williams, Son und natürlich Wayne Rooney, Rekordbreaker. Dazu noch Alba und den guten Amarabat. Das ist auf jeden Fall ein richtig starkes Team der Woche. So, lang ist es her, als es geschah. So, das erste Set Burhan. Ja, da kommt man gleich zum nächsten Set. Und bis jetzt gefällt mir FIFA 16 sehr gut. Ich habe mittlerweile 20 Spiele gespielt, Cali Ron hier. So, kommen wir zum nächsten Set. Higuain Nose Pack. Und wir überspringen. Bastost. So, nächstes Set. David Alaba. Und wir machen FIFA 16. Ähm, also die Kiste. Und FIFA 16. Und wir schließen die Augen. Und mal schauen, was wir drin haben. Wir haben drin, die Michaels und Garei. Wie viel ist der Wert? Leider nichts mehr. So, kommen wir gleich zum letzten Set für heute. Ein Lionel Messi Set. Und wir stehen auf dringend und schließen die Augen, sodass wir so viele gute Spiele bekommen. Und was haben wir drin? Drei, zwei, eins. Und was haben wir drin? Jo, Vintage. Insgesamt hat mir das Pack Opening sogar richtig gut gefallen. Also, ich fand es nicht allzu schlecht. Die Ausbeute war in Ordnung. In FIFA 16 wäre es auf jeden Fall richtig fresh gewesen. Und ja, ich würde sagen, das war es von dem Pack Opening. Und wir sehen uns im nächsten FIFA 16 Pack Opening wieder. Bis dann, haut rein und ciao.